So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, unser Geld schwindet leider langsam. Das ist leider doch nicht so easy wie gedacht. Schauen wir mal, was aktuell unsere Pläne ausschauen für die Flüge. Alter, wir haben schon so viele Flüge hier, ist schon wieder so leer. Hier geht es aber noch, vielleicht müssen wir einfach noch planen. Und uns geht trotzdem immer noch... Ey, das gibt es doch gar nicht. Ich muss unbedingt... ...es schaffen, mehr Personal ranzuschaffen oder die Verträge. Schauen wir uns mal unsere Verträge an, vielleicht können wir da noch was regeln. Können wir vielleicht bei hier noch, bei denen noch was machen? Hier haben wir schon ein bisschen was rumgetüftelt. Wo sind die blöden... Hier, abgeschlossene Verträge. Rixlayer, verhandeln. Kann ich hier den Stund nur noch ein bisschen runtersetzen? Das Kante-Anwurgebot senden. Hey, sie haben es akzeptiert. Cool. Cool. Alter, schau dir an, wie die hier durchflitzen. Ich muss gleich hier auch mal die... ...Warteschlangen... ...erstellen. Das machen wir jetzt mal bei jedem schnell. Und wenn mal wieder so ein großer Ansturm ist, dann stehen die nicht irgendwie da, sondern sind geordnet... ...in der Linie drin. Nein, das war zu lang. So. Dann zack, 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 zack. Hier auch noch mal. Jetzt geht das Geld wieder hoch. Ich bin langsam irgendwie verwirrt, wie das mit dem Geld gerade abgeht. Ich würde gerne... ...genau, die wollen nicht eigentlich ausruhen. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Ähm... ...Boden. Ich würde gerne in dem Bereich hier außen rum... ...so eine Art Flaumie-Boden verlegen. Spiel hänglich! So. Jetzt ist die Sache. Wie machen wir das? Ich würde gerne... Hm. Machen wir hier so drei weite Pfade? Ich würde hier so... ...würfers erst schauen wir mal, wie das ist. Alles leider nicht so einfach, wie er hofft. Das ist der Zugang. Das sieht auch irgendwie ein bisschen heftig aus, ne? Wir machen hier vielleicht ein paar Seating-Areas rein. So, diese billigen. Weil die einfach gut hier reinpassen. ...warte mal, ne... ...warte mal, ne... ...machen wir's weg. Lass uns... Ne, ich will das jetzt probieren, warte mal. Wie ist, wenn ich die großen so platziere? Wenn wir hier... ...dann, wenn wir zwei Abstand machen... ...hier... ...warte mal... ...und dann noch die kleinen... ...so als... ...Fenster-Variante. Warte mal, ne... ...du musst ich den einen wieder wegnehmen hier. Der passt mir nicht so ganz. Ah, sitz, 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 sitz. Dann kommen noch ein paar Pflanzen. So. Dann ist das doch schon ganz nett. Und dann gehen wir hier auf Kopieren. Und tun das auch noch hier hin. Und geben dann hier, würde ich wieder den schwarzen Boden reinsetzen. Den schwarzen Teppich, den wir sonst haben. So. Dann ist das der erste dekorierte Teil schon mal. Jetzt haben die hier Seating Places und alles. Jetzt sind wir doch schein, dass wir hier irgendwo so Restaurants und alles reinbringen. Hier drüben sind natürlich, oder? Ne, hier sind gar nicht mehr wer. Drei, doch vielleicht ein bisschen mehr aktuell noch. Das ist ja auch nur der erste Bereich, wo sie sitzen können. Also es ist natürlich besser, wenn sie sich hier hinsetzen, als dass sie da oben sich hinsetzen. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht ganz genau, wie es mit unserem Geld abgeht. Ob wir jetzt ins Positive driften oder Negative. Aber es ist sehr schwer. Wir waren ja über 200.000, jetzt sind wir bei 160 schon wieder ungefähr abgedriftet. Aber wenn so ein großes Flugzeug abgefertigt wird, haben wir auch richtig gut... Was ist jetzt los? Schon wieder so ein blödes Viech. Ah, ich habe nicht abgedichtet, ne? Haha. Da ist das Problem. Wahrscheinlich, weil ich bis zum Rand eigentlich bauen wollte. Ne, nicht mal. Ich stelle, hier ist eure Aufgabe. Baut diesen blöden Zaun wieder zu. Wie viel kostet es mich? Weil der Plan wäre ja hier oben drüber ein Terminal, beziehungsweise hier drüber... Strukturposition ungültig. Kostet mich wie viel? Kann dieses Stockwerk nicht gebaut werden. Warum kann da das Stockwerk nicht gebaut werden? Aber hier so... 400.000. Hier kann ich einen Stockwerk bauen. Hier zum Beispiel. Strukturposition ungültig. Also ganz checken tue ich es gerade nicht. Warte mal. Hä? Die müssen doch nicht gebaut werden. Ah, ich kann hier bauen? Wait, what? Ich check's gerade ehrlich gesagt. Nicht so wirklich. Muss ich das jetzt kapieren? Wie auch kann ich echt? Drei, vier, drei. Maximal. Ach, schau mal. Ach, schau mal, wie es hier abgeht. Zack, ausladen erstmal das ganze Gepäck. Alles raus. Dann fahren sie es weg. Und liefern es hier unten in das Gebäude rein, wo es dann direkt ausgeladen wird. Also auf eine gewisse Weise, finde ich, stehen wir schon gut da. Schauen wir mal, wie lange das Flugzeug braucht, bis es wieder weg ist. Boarding nicht begonnen. Drei. Was ist denn das für eine mickrige Zahl? Ja, wie viel haben wir heute gebaut? Drei. Drei Passagiere für ein Flugzeug, ey. Die müssen Kohle haben, ich sag's euch. Die müssen richtig fetzen. Der ist auch noch nicht verbunden. Müssen wir gerade nur noch mal kurz auf den warten. Boarding noch nicht begonnen. Dann sollen es beginnen. 18, 15. Also gleich mal. Ja, schau mal. Jetzt bereiten sie sich schon vor. Können wir verbinden und dann ist das hier schon wieder alles gut. Na, schau mal. Jetzt stehen sie hier schön an. So wollen wir das eigentlich. Bloß, da stehen gleich viel zu viele Leute an. Ja, das geht. Wo wollen sie denn hin? Also irgendwie. Teilweise hat das Spiel noch ein Problem, habe ich das Gefühl. Mit der Ortsfindung. Jetzt schauen wir mal kurz nach oben. Ich würde original jetzt das hier nehmen. Und genauso hier oben rum hinstellen. Kann ich die Mauern auch kopieren? So. Perfekt. Dann sollte das auch gleich funktionieren. Dann können wir nicht hier wieder zumachen. Dann gehen hier nur wirklich die Leute rein, die hier zum Flugzeug wollen. Wir müssen nicht auch noch den Kaffee bauen. Ich würde auch gerne einen Laden bauen noch. Aber es geht auf jeden Fall gut ab, finde ich. Also wenn du dir anschaust, wie der Stau aktuell ist, ist es natürlich katastrophal. Alter, die Leute, die hier warten. Na, auf welchen Flug warten sie? Ja, auf den nach Berlin, bitte. Oh, ich gehe los. Platzieren wir doch? Weil die haben doch alle immer Hunger, ne? Platzieren wir doch... Ähm... Wo war denn der Snowman? Wo waren denn die... Oh, da ist der Automat. Ein Automaten hier. Und ein Automaten hier. Oh, mein Handy sagt gute Nacht. Okay. Auch nicht schlecht. Schauen wir mal, was sie sagen, wenn hier die ersten Automaten stehen. Alter, dass das Spiel kurz hängen, ist irgendwie verwirrend. Kann ich hier die Statistiken sehen? Nee, kann ich nicht. Schade. Ich glaube, die Toiletten sind schon mal gut. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben von der Grundgröße, aber ich denke, es hat eine gute Größe, wenn das wirklich größer wird hier. Irgendwann ist es immer noch das Hauptterminal. Später werden wir wahrscheinlich hier dann auch noch sowas hinstellen müssen. Was ich jetzt noch gerne machen würde, wir tun hier so ein zweibreites Padding links, rechts hin. Ich würde mal sagen, das ist so das Mindestpadding zwischen Gehweg und Fahrt. Oder Abstand zu den nächstbesten Sachen. Hat das so ein bisschen Struktur. Ich würde gerne gucken, was ist, wenn ich sage, okay, ich hätte gerne einen Geschäftsplatz jetzt hier. Was ist, wenn wir jetzt sagen, okay, wir bauen jetzt mal hier einen Laden hin. Das wird ein Ladengebiet. Und dann gibt es halt hier wiederum die Pfade rein. Dann brauchen wir Geschäftsflächen. Das sind 190 Quadratmeter Geschäftsflächen. Jetzt ist die Frage, wer nimmt hier den 190, was braucht der? Der braucht 77 Quadratmeter, habe ich. Vier Regale, Kassenschalter null. Sechs Regale. Wie schaut's mit dem aus? Der braucht 190. Ne, der braucht 186. Acht Regal, Schalt, Regale. Wie schaut's mit dem aus? 185. Verkäufe für Bonus. Der wäre hier relativ cool. Pick and Fly. Dann bereiten wir doch alles für Pick and Fly vor. Indem wir bei Geschäfte eine Kasse hier und hier platzieren. Alter, ist das Ding riesig. Und dann ein paar mittelgroße. Sehr große Regale hier. Ist das richtig riesig. Ähm. Die wollten acht Regale haben, ne? Podestregale. Wie gehören denn die? Wir machen jetzt einfach einen ganz simplen Laden. Dann kriege ich aber hier nur ein bisschen was rein. Das ist ja wieder scheiße. Ja. Dann schauen wir, was wir dazu sagen, ne? Boah, das mal auf. Zack. Schön aufbauen. Regale rein. Dann schauen wir mal. Pick and Fly. Sagt, wir haben alles erfüllt. Dann unterzeichnen. Schalter benötigt zum Betrieb, Leute. Habe ich die jetzt falsch schon platziert? Darf ich den bitte nochmal abreißen? Da kriege ich ja einen Anfall. Sag mir doch, dass die die so rum hören. Ne, so rum. Jetzt habe ich auch verstanden, warum der Platz ist. So, hier. Platz hier denn so. So. unser erster kleiner Shop. Wie viel hat der schon heute gegen Verkäufe? Vier von 255, die sie brauchen. Schau, wie viel wir hier shoppen. Wenn ich die Kasse vorhin mal richtig rumbau. Ich glaube, der erste Tag wird noch nicht so lukrativ wie geplant, aber es könnte schon gut werden. Ihr wechselt einfach gleich die Kasse, okay? Jetzt sind alle abgehauen. Das war nicht der Plan. Ah, das ist ungut. Heute nur sechs Verkäufe gemacht. Eventuell, weil ich die Kassen abgerissen habe. Ups. Könnte passiert sein. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ja, der wird ja heute schließen, dann wird der schon wieder laufen. Leute, wo sind denn meine Reinigungskräfte? Hier schaut es ja aus wie beim Statutenland hier. Gar nicht gut hier. Gar nicht gut. Wir müssen uns noch überlegen, wie wir das mit dem Übergang bauen. Man muss natürlich alles hier oben drüber gehen und das sollte auch irgendwie funktionieren. Der Laden kann aber noch nicht besser was machen. Aber natürlich, so ein Ding ist auch praktisch. Dann bauen wir doch am besten noch das ist, wenn wir hier noch einen Kaffee oder sowas dran bauen. Eine Mauer weniger oder sowas. Dann tun wir das hier als mit Gastronomiefläche verkaufen. Was haben wir denn? Was brauchen sie denn? Ein Herd, vier Stühle, zwei Tische, Kaffeebar. Viel zu wenig Quadratmeter für die. Ich will irgendwas, was an der Größe passt, ja. Was will der? Kühlregale, vier Stück und eine Kaffeebar. Ein bisschen größer hätte das gerne. 140, 87. Die Swift weg ist eigentlich relativ cool. Wenn wir den jetzt hier sagen, okay, wir vergrößern den Bereich noch ein bisschen. 187 Quadratmeter wollen sie haben. Dann ist das die Fläche hier. Dann machen wir das jetzt wie folgt. Das kriegt jetzt hier eine Wand, hier eine Wand, hier, hier und hier. Dann kriegt auf der Seite einen Doppeldurchgang. Kriegt hier einen simplen Durchgang und hier einen simplen Durchgang. So. Was wollten die dann hier? Vier Kühlregale. Wie hat der dieses Bellbier? Kühlregale und eine Kaffeebar. Vier Kühlregale. Eine Kaffeebar. Kühlregale. 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 Was ist denn die Kaffeebar? Kaffee-Maschine-Pier-Theke. Das ist wieder etwas ganz anderes. Hey. Was willst du? Du willst Kaffeebar. Okay, auf jeden Fall für vier Kühlregale. Versteht zwar noch nicht so ganz, wieso, aber okay. 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 Wie machen wir die jetzt? Machen wir die einfach mal so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mal, wie der Laden funktionieren soll. Ach schon, jetzt wird hier bedient. Schauen wir, wie jetzt abgeht. Neun Käufe schon. Jetzt kommen wir auf die Zehn. Kommen wir auf die Zehn. Zehn haben wir schon. Und die wollen hier eine Kaffeebar. Ich glaube ja irgendwie, dass sie das hier meinen. Kann ich davon zwei kleine? Ah, das ist keine Kaffeebar mehr. Das hat nicht so eine Kaffeeanlage noch dabei. Aber der auch hier. Irgendwie. Dann müssten wir die da hier hin platzieren. Wahrscheinlich. So. Oder irgendwie so. Ah shit, da müssen wir wieder alles abreißen. Upsi. Wir müssen eventuell schnell die Kühlregale wollen, das hin platzieren. Kühlregal, Kühlregal, Kühlregal. Ich weiß es doch auch nicht. So. Das sollte doch ganz gut passen. eine leere Theke für einen Kaffee oder einen Bier. So. Schauen wir mal, ob das Ding dann so passt. Ich bin hier mal gespannt. Wie viele Verkäufe haben wir bis 10 Uhr? 27 Stück. Ja, ist doch ganz okay. Was sagt Bill Kier dazu? Ja, das war echt das Ding. Und wir unterzeichnen den Vertrag. Bedeutet, gleich sollte hier doch einen Mitarbeiter aufkreuzen oder machen die hier auf? Mitarbeiter unterwegs steht hier offen. Ich bin mal gespannt, wie den Leuten das taugt. wir müssen hier noch die Böden bearbeiten natürlich. Ich würde sagen, in den Läden drin wird alles Parkett. Wie viele Verkäufer müssen die machen? 130 pro Tag. Ich bin hier mal gespannt. Aber die kriegen auch ordentlich Leute rein. Mit denen mache ich auch ordentlich Mieteinnahmen. Ihr schaut doch unser Geld an. Es geht nach oben. So wollen wir das. Aber Leute, ich übersehe die ganze Zeit die Zeit. Ich hoffe, es hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben. Da abonniert, wenn ihr euch noch habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir aus unseren jetzt generierten Umsätzen uns bestimmt irgendwas Schönes noch leisten können. Also, bis dann. Ciao. Oh! Oh! Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.